Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist wieder so weit, ein neues Heft von Lichtungen, das 132. ist da, mit dem Schwerpunkt Literatur aus Armenien. Diejenigen, die die Arbeit von Markus Jaroschka und seinem Team kennen, die wissen, dass er unermüdlich in der weiten Welt der Literatur unterwegs ist und immer wieder neue Literaturräume auftut, heute Abend eben Armenien. Ich freue mich ganz besonders, dass der Gesandte der Republik Armenien und der Botschaft in Wien, Herr Dr. Aleksanjan, da ist und begrüße ihn ganz herzlich. Dr. Aleksanjan, Helwig Brunner wird das vielleicht nachher noch genauer sagen, ist selber Übersetzer. Er hat unter anderem Rilke und Musil übersetzt, hat also zur Arbeit einer Literaturzeitschrift eine nicht nur professionelle, sondern auch emotionale Beziehung. Sie wissen, wie das Jahr für Jahr abläuft. Die Lichtungen, die viermal im Jahr erscheinen, werden zweimal im Kulturzentrum bei den Minoriten präsentiert, zweimal hier bei uns im Literaturhaus. Und ich freue mich sehr über diese Kooperation, die unsererseits natürlich ad infinitum fortgesetzt werden soll. Ich freue mich sehr, eine Arbeit unterstützen zu können seitens des Literaturhauses, die unglaublich wichtig ist für das Kulturgeschehen der Stadt und des Landes. Ja, damit ist meine Rolle erschöpft und ich übergebe an Helwig Brunner. Sie kennen ihn, er ist Autor, in erster Linie Lyriker und dem Herausgeber-Team der Lichtungen und er wird Sie durch den heutigen Abend führen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Ja, guten Abend auch von meiner Seite und im Namen des Teams der Lichtungen. Wir arbeiten also an der Fortführung der Lichtungen in die Unendlichkeit ad infinitum, wie Gerhard Melzer vorher so vielversprechend gesagt hat. Wir bemühen uns. Ja, ich begrüße Sie herzlich, bedanke mich sehr für das wieder einmal sehr zahlreiche Erscheinen. Wir dürfen uns ja wirklich freuen bei den Lichtungen, dass unsere Präsentationen in der Regel wirklich gut besucht sind. Das freut uns und ehrt uns und ermutigt uns auch, diese Form der Präsentationen fortzuführen. Besonders begrüßen darf auch ich unsere Gäste, einerseits den bereits erwähnten Herrn Gesandten, Dr. Alexander Jahn, und andererseits an seiner Seite den Übersetzer Herbert Maurer, der diesen Armenienschwerpunkt maßgeblich und federführend gestaltet und betreut hat. Darf uns jetzt später noch zu reden sein. Und natürlich nicht zuletzt Herrn Armen Shegoyan aus Jerewan, der ein Stück armenische Literatur heute zu uns nach Graz bringt. Außerdem sind einige im Heft vertretene Autoren heute bei uns. Als erstes darf ich Thomas Klein erwähnen, der auch dann aus seinem Text ein bisschen lesen wird. Dann ist Florian Lavitsch, ist glaube ich nicht da, er hat sein Kommen, ist er doch da. Danke, Entschuldigung, ich bin geblendet. Nicht von Florian Lavitsch, sondern vom Licht. Herzlich Willkommen auf Florian Lavitsch. Und François Grosseau ist extra aus Wien zu uns gekommen. Und natürlich der Reinhard Lechner, auch ein alter Freund der Lichtungen, wenn ich das so sagen darf. Ja, und ich hoffe, ich habe jetzt niemanden übersehen, vergessen oder sonst, wie nicht erwähnt, Sie mögen mir das gegebenenfalls bitte verzeihen. Sehr herzlich begrüßen möchte ich auch Herrn Kulturabteilungsleiter Magister Schnabel, der heute zu uns gekommen ist. Wir freuen uns sehr, dass uns so viel Wohlwollen und Interesse auch von Seiten der Kulturabteilung immer wieder entgegengebracht wird. Das ist ja für uns als Literaturzeitschrift auch ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Rückhalt bekommen. Ja, es ist Usus, dass zunächst das Heft im Ganzen kurz vorgestellt wird und dabei vor allem auch jene Inhalte erwähnt werden, die dann im weiteren Verlauf der Veranstaltung nicht mehr vorkommen. Der Armenienschwerpunkt, das Herzstück dieser Ausgabe sozusagen, wird dann ja in der Folge gesondert vorgestellt und besprochen. Was ist also sonst alles in diesem Heft enthalten? Wir haben wie immer einen offenen Literaturteil, der unter anderem eine Erzählung unseres ehemaligen Stadtschreibers Fiston Wansa enthält. Außerdem eine Erzählung von Florian Labitsch, der vorhin schon als Nichtursache meiner Blendung genannt wurde. Dann haben wir auch überregionale Beiträge, wie die Erzählprosa des vor allem als Lyriker bekannten Düsseldorfers Frank Schablewski. Eine Erzählung des Ungarn Laszlo Garazzi, der Ihnen wahrscheinlich als Troschelautor ein Begriff sein dürfte. Und dann haben wir etwa auch Gedichte der amerikanisch-deutschen Lyrikerin und Übersetzerin Monika Zobel. Wir haben auch ausgewählte Beiträge zum Poesie-Festival Maribor, unter anderem mit dem ebenfalls bereits erwähnten Reinhard Lechner. In der Rubrik Zeitkritik haben wir unter anderem einen Essay über die Grenzen des Wissens des Philosophen Leo Hemetsberger. Und mehrere Beiträge haben wir wiederum in der Rubrik Neu vorgestellt, die ja auch so ein heimliches Herzstück der Lichtungen immer ist. Und den Text des Beiträgers Thomas Klein werden wir im Anschluss daran oder im Anschluss an die einleitenden Worte dann auch als ersten Programmpunkt zu hören bekommen. Zunächst wird aber Werner Fenz in bewährter Manier den Kunstteil vorstellen, der diesmal von Eva Schmeiser-Tschadier gestaltet wurde. Und ich möchte jetzt beide ganz herzlich auf die Bühne bitten. Danke. Applaus Guten Abend. Wir haben heute etwas anderes ein bisschen vor, nämlich, und ich glaube es ist höchste Zeit auch dafür, dass wir vielleicht dabei bleiben, auch die Künstlerin aus dem Kunstteil vorzustellen oder wenn sie im nächsten Fall ein Künstler sein sollte, auch den. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass Sie auch neben den Literatinnen und Literaten die Künstlerin kennenlernen. Eva Schmeiser-Tschadier, sie wurde bereits erwähnt. Ich ganz kurz, warum dieses Heft so aussieht, wie es aussieht, das ist Evelin Kraus mit zu danken, aber auch dem Michael Neubacher, der ja wie immer auch die Grafik gemeinsam mit Eva Schmeiser-Tschadier diesmal gemacht hat. Der Grund, warum wir entgegen unserer Tradition, würde ich einmal sagen, neueste Arbeiten von Künstlerinnen oder Künstlern zu präsentieren im Kunstteil, diese Tradition ein bisschen zur Seite geschoben haben, ist, dass nun erstens, und dazu wird Eva Schmeiser-Tschadier noch ein paar Worte sagen, dass die Kunstwirtschaft zehn Jahre alt geworden ist, gleich daneben an, sage ich fast, auf Nummer 14 in der Elisabethstraße, scheint ein guter Boden zu sein, diese Straße, und dass mit Eva Schmeiser-Tschadier, eine Künstlerin, diese Kunstwirtschaft führt mit Zalbruckner-Jaufer zusammen und auch mit vielen anderen, die dort, oder einigen anderen, die dort in diesem Labor, in dieser Werkstatt arbeiten. Sie ist als Vertreterin ausgewählt worden, weil sie ja, glaube ich, sehr gut diese Grazer Tradition des Schmucks, man hat von einer Grazer Schule des Schmucks auch gesprochen und spricht auch weiterhin davon, weil eine Besonderheit hier in Graz im Schmuckobjekt oder in den Schmuckobjekten zutage tritt, und diese Besonderheit ist, dass der Schmuck, der ja traditionell ganz am engsten, als künstlerisches Produkt am engsten mit dem Körper verbunden ist, dass diese Verbindung Schmuck-Körper hier in Graz aber eben ganz besondere Ausprägungen erfahren hat, und diese Ausprägungen liegen vor allem darin, dass es eben nicht um das Schmücken des Körpers allein geht, dass es schon gar nicht um die Repräsentation durch den Schmuck auf dem Körper geht, sondern dass dieser Schmuck direkt in dieses gesellschaftliche System, das uns umgibt, dass er in diesem System verankert ist, das heißt, es sind politische, es sind historische, es sind gesellschaftliche, es sind diese Bezüge in diesen Schmuckobjekten da, sie können sich dann in den Lichtungen davon überzeugen, dass auch dieser Schmuck, dieser Begriff des Schmucks transformiert wird, in einer Art und Weise, der ihn wirklich spannend macht, der ihn zum Kunstwerk macht, und das ist auch der Grund, dass wir hier versucht haben, nun eine kleine Retrospektive, unter Anführungszeichen, der Schmuckkunst von Eva Tschadier in diesem Heft vorzustellen. Die Volkswirtschaft hat der Werner Fenz ja bereits erwähnt, wir sind in der Elisabethstraße 14, und gegründet haben sie die Andrea Salk-Dockner-Laufer und ich, und mittlerweile gehört auch die G.G. Haubenhofer Salizitis, die Anna Weibl und die Esther Engel dazu, und wir haben einen Kunst-, Gast- und Werkraum, und die Idee war, dass man über das Essen, das ja an sich auch das Kochen, der kreative Prozess und über das Essen, eben Menschen in unsere Räumlichkeiten führt, um ihnen unsere Arbeit nahezubringen. Das Schöne an diesem, wir haben im vergangenen Jahr, hat der Clemens Setz einen Text exklusiv für uns, für die Kunstwirtschaft verfasst, zu dem wir 36 Künstlerinnen und Künstler eingeladen haben, eine Arbeit zu bringen, und diese Ausstellung war im Jahr 2011 zu sehen bei uns. Und die Verbindung, das Schöne ist, dass das jetzt hier im Literaturhaus die Präsentation, und dass ich meine Arbeiten zum Teil in den Lichtungen zeigen kann, dass es in den 80er Jahren schon eine Ausstellung gegeben hat, von Werner Schmeiser, unter dem Titel Schmuck ist eine Sprache. Und so schließt sich wieder der Bogen, und wir befinden uns hier, und ich mich in den Lichtungen. Applaus Musik 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 Musik